Die optimale Kombination von Tools United und der Werkzeugverwaltung von Janus Engineering. Wir stellen vor den Technology Manager oder kurz TMGR. In nur wenigen Minuten zeigen wir Ihnen nun, wie die Daten von Tools United mit minimalem Aufwand in Siemens NX-CAM verwendet werden können. Zunächst öffnen wir den Technology Manager aus Siemens NX heraus. Nachdem TMGR gestartet ist, legen wir mithilfe des Tools United Plugins ein neues Basiswerkzeug an. Zugleich öffnet sich ein Browser mit der Startseite. In der Suchleiste können Sie zum Beispiel die Artikelnummern des gewünschten Werkzeuges eintragen. Sobald das Werkzeug gefunden und aufgelistet ist, kann der Export von TMGR-konformen Daten gestartet werden. Das zu erstellende Werkzeug kann nun ausgewählt werden. Sämtliche Werkzeugdaten wurden dank Tools United automatisch befüllt. Falls gewünscht, können auch weitere Informationen, wie zum Beispiel der Freigabestatus, eingetragen werden. Mit dem Technology Manager von Janus kann dieses Werkzeug nun verwendet werden, um ein Komplettwerkzeug zu bauen bzw. zu erstellen. Nach nur wenigen Klicks können für dieses Komplettwerkzeug auch Schnittwerte für verschiedenste Materialien nutzen. Und dann kann das Werkzeug auch Schnittwerte für verschiedenste Materialien hinterlegt werden. Doch wie sieht das neue Werkzeug denn nun aus? Dazu wird der Datensatz nach NX geladen. Dort ist das generierte Werkzeug nun zu sehen. Es entspricht exakt dem Werkzeug, das eingangs mit Tools United heruntergeladen wurde. Das ist das neue Werkzeug, das gefällt. Das ist das neue Werkzeug, das eine Beratung des Herzens der Verkaufelschraben. Dann ist es das neue Werkzeug, das die Bedürfung des Herzens der Verkaufelschrabenen. Vielen Dank.